Vaginalseeding ist ganz wichtig für die Neugeborenen. Die Frühgeborenen profitieren extrem davon, wenn der Darm frühzeitig besiedelt wird und schützt vor schweren Darmerkrankungen, Darminfektionen. Auch die reifen Neugeborenen profitieren vom Vaginalsekret der Mutter dadurch, dass Ernährungserkrankungen verhindert werden. Und deshalb kann ich allen empfehlen, wenn das Kind nicht durch die Scheide geboren wird, dann dieses Vaginalsekret zu gewinnen, zum Beispiel mit einem Tampon und dann auf die Haut des Gesichtes des Neugeborenen aufzubringen, damit von dort aus die Darmflora dann einwandern kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017